Wo ist First Lady Melania Trump? Fast drei Wochen war sie von der Bildfläche verschwunden. Bunte Blätter spekulierten über Krankheit, Trennung oder dass sie jetzt mit dem Russland-Ermittler Muller zusammenarbeiten würde. Nun ist sie wieder aufgetaucht, bei einem Empfang für Angehörige Gefallener. Mitte Mai musste sich Melania Trump einer Nierenbehandlung unterziehen. Alle Termine bis Mitte Juni sind ohne Begründung abgesagt. Die gängigste Klatsch- und Tratscherklärung war, vor dem Hintergrund diverser Geschichten über Donald Trumps Affären täten auch seiner Frau ein paar Tage Auszeit ganz gut.